Musik Ich begrüße Sie im Namen unseres Kreisverbandes Reuttingen Landsmannschaft der Banase Schwaben zu unserer elften Banase Kirchweih hier in Bettingen und sage allen ein herzliches Willkommen. Aus Dankbarkeit hier eine neue Heimat gefunden zu haben, singen wir die Deutschlandhymne Als Erinnerung an die alte Heimat und das wird unsere Ahnen stets in Ehren halten, singen wir die Banate-Hymne. Bitte erhebt euch von euren Plätzen und singt womöglich mit. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle Streben, präderlich mit Herz und Hand. Heimigkeit und Recht und Freiheit, singen wir die Gesundheit wunderbar. Musik Amen. Heil dir mein Heimatland, Heil dir Bernatelang, Heil Gott, oh Gott. Ewig zu Gottes Dir, Zeuge was groß und herr, trage vor Fels zu her, wie er frei kann vor. We wait to watch us here, so we give us groß und herr. Lade und herr, zu wenn der Dreiheit war. So, bis die Bettinger Gruppe ihr Foto gemacht hat, laden wir nun unsere Ehrengäste zu unserem Kirchweifest ein. Und zwar, Herrn Friedemann Rupp, dem Bezirksbürgermeister von Bettingen. Herr Rupp, vielen Dank, dass wir hier in Ihrem Ortsteil unser Kirchweifest abhalten dürfen. Bitte kommen Sie vor und Sie werden mit einem gesegneten Apfel mit Rosmarin und einer Broschüre dann zum Kirchweifest offiziell eingeladen. So, liebe Landsleute, ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, mich nicht nur für die gute oder besonders gute Musik zu bedanken, sondern auch im Namen der Landsmannschaft, der Banate Schwaben, im Namen unseres Kreisverbandes Reutlingen, möchte ich mich bei Johann Fröwald, dem Leiter der Original-Donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen, bedanken für seine 25-jährige Treue bei unserer Landsmannschaft und ihm in diesem Zuge eine Ehrenurkunde und die goldene Treuenadel überreichen. Ja, Dankeschön, liebe Christine. Was wäre ich ohne meine Musiker? Ich würde mich ganz recht herzlich bedanken bei meinen Musikern, denn ohne meine Musiker wäre ich auch nichts. In diesem Sinne, vielen Dank. Die Ehrennadel soll der ganzen Kapelle dann gehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.